Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Black Rabbit. Heute dreht sich alles um den neuen Dragon Ball Super Super Hero Film. Ich werde zu vielen Punkten meinen Senf abgeben, ohne Spoiler. Wenn ihr dieses Video komplett gesehen habt, dann wisst ihr noch immer nichts vom Film, nur meine Eindrücke, meine Meinung. Lohnt es sich ihn anzusehen im Kino, auf DVD oder gar nicht? Viele, viele Punkte, wenn ich mit euch bespreche, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, über die ich reden will und wie gesagt, keine Angst, es gibt keine Spoiler. Alles Spoiler frei. Das Einzige, was wir uns angucken, ist das Kinoplakat. Das Kinoplakat, über das müssen wir ein bisschen reden. Ihr seht hier, das ist das Kinoplakat, das kennen die meisten von euch mit den zwei Gammas. Die kennt man auch schon aus Dragon Ball Legends, wenn man hier von dem Kanal fleißig ist. Und jetzt mal ernsthaft, wir alle kennen Piccolo, wir alle kennen Gohan. Das sind überhaupt keine Spoiler, das ist einfach nur das Hauptplakat, was wir so haben, sozusagen. Über das wir ein bisschen drüber reden können. Also, zuallererst, wir wissen alle, dass dieser Film diesmal nicht mit Hand gezeichnet wurde, sondern komplett am PC erschaffen wurde in CGI, das heißt in Animation. Wie fand ich das? Es ist noch immer ein bisschen befremdlich auf jeden Fall, vor allem, wenn man es halt mit meinem Lieblingsanime Dragon Ball Z vergleicht. Aber, da müsste man auch schon drüber reden, ja, wie ist denn nun Dragon Ball Super, ne? Weil, ich finde Dragon Ball Super, optisch, schon schlechter als Dragon Ball Z. Also, ist das ein schwieriger Punkt mit der Grafik, ne? Also, am Anfang hat es mich ein bisschen gestört im Kino, dass das Ganze eben in 3D ist, also... Aber trotzdem im Comic-Style. Es war so eine komische Mischung, als hätte ich zum Beispiel Dragon Ball Z Kakarot gespielt. Dragon Ball Z Kakarot, eins meiner Lieblingsspiele. Mega geile Filmszenen zwischendrin, in Zeichenoptik, aber animiert. Also, da war ich es schon ein bisschen gewohnt, dank Kakarot. Trotzdem muss ich sagen, es ist schon mal noch ein anderes Level in Superhero in dem Film. Am Anfang, wie gesagt, hat es mich gestört, am Ende fand ich es dann doch ganz okay. Ich fand es jetzt nicht schlimm und ich denke, dass es, wenn der nächste Film in, keine Ahnung, zwei Jahren kommt, der schon produziert wird, glaube ich, ähm, ich denke, dass die Technik dann noch weiter sein wird, dass ich es noch besser finden werde. Also, es war jetzt auf jeden Fall kein ausschlaggebendes Ergebnis, dass ich sage, oh Gott, wegen der Grafik ist das ein Scheißfilm. Nö, würde ich nicht sagen. Man muss sich halt, wie gesagt, dran gewöhnen. Ich fand es dann aber schlussendlich doch ganz gut, muss ich so sagen. Natürlich ist das ja mal Geschmackssache, ne? Jeder empfindet das anders. Andere sagen, ah, sieht scheiße aus, dies, das, anders. Andere sagen, oh, es ist obergeil. Wie gesagt, für mich als Dragon Ball Z Fanboy ist sowieso super und der Film dann im Gegensatz dazu sieht er hässlich aus. Aber das ist was anderes. Also, ich fand ihn gut, fand ich schön, alles gut. Dann, die Story habe ich mir aufgeschrieben. Wie fand ich die Story? Zuerst muss ich ja sagen, anhand der Trailer, was wir so alles gesehen haben, aber auch an alle, die die Trailer noch nicht gesehen haben, will ich da jetzt auch nicht spoilern. Es war auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Story, als wir in den Trailern zu sehen bekamen. Das kann ich mal sagen, ohne Spoiler. Mir hat sie dann, am Anfang dachte ich mir so, äh, mh, finde ich jetzt nicht so geil die Story. Hat sich aber meiner Meinung nach immer mehr aufgebaut, 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 dass sie mir dann doch mehr gefallen hat. Also, ich muss sagen, die zweite Hälfte des Films, circa, hat mir deutlich besser gefallen, als die erste Hälfte des Films. Also, auch da muss ich sagen, genauso wie mit der Grafik, man hat sich dran gewöhnt, die Stars Ananas, aber die Story hat sich auch, wie gesagt, sehr, sehr aufgebaut und wurde immer besser und besser und es gab extrem viele Überraschungen, was auch der nächste Punkt ist. Ich habe ja, ich glaube, Trailer 1, 2, 3, ich glaube, ich habe alle Trailer gesehen. Ich glaube, okay? Ich bin ständig im Internet. So. Und wir haben eine riesige Dragon Ball Community. Und ich habe im Film etwas gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Das hat mir sowas von den Arsch weggefreut, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich hatte zwar leider durch extrem dumme Arschloch-YouTuber, hatte ich extrem viele Sachen schon gesehen, anhand deren Thumbnails. Wie kann man denn nur so sein? Warum muss man immer spoilern am Thumbnail, damit man glaubt, man hat mehr Klicks? Aber das ist eine andere Geschichte über andere YouTuber. Auf jeden Fall. Auch da wurde ich in den einen Punkt nicht gespoilert, also hatte ich auch noch eine riesen Überraschung im Film. Aber auch nicht nur dazu, sondern auch wegen der Story hatte ich noch einige Überraschungen offen und hat mich sehr, sehr gefreut, auch wie gewisse Dinge entstanden sind. Wie gesagt, ich will hier nicht spoilern. Aber ja, auch wenn man gewisse Dinge schon im Trailer gesehen hat, man wusste, das und das passiert, wusste man anhand des Trailers halt nicht, wie es passiert, warum etwas passiert und so weiter. Also ja, Überraschungen waren für mich drin. Story, wie gesagt, wurde immer besser. Grafik hat mir immer besser gefallen. Dann der nächste Punkt ist, also ich bin ein Dragon Ball Fan, der das Ernste gerne mag. Also, ich sag's mal so, Goku wäre auf Namek niemals zum Super Saiyan geworden, wäre etwas Lustiges passiert. Wäre etwas Schönes passiert. So funktioniert Dragon Ball nicht. Es muss was leider Tragisches passieren. Es muss was Herzergreifendes passieren. Es muss was Böses passieren. Damit daraus etwas Cooles wird. Und deshalb bin ich mehr Fan, wie gesagt, von ernsten Sachen. Und mir war im Film leider vieles zu lustig gemacht. Ich hätte auf einige Charaktere verzichten können, die nur da waren, damit sie lustig sind. Kam mir so vor. Ganz am Ende, eins kann ich sagen, bleibt auf jeden Fall nach den Credits noch im Kino sitzen. Da kommt noch was. Also, wenn die Schrift durchläuft, wer hat Regie geführt, wer hat diesen Charakter gesprochen, bla bla bla. Ihr wisst ja, da kommt ganz viel, ne, Endscreen, Text, Text, Mitsprecher, bla bla. Bleib sitzen! Am Ende kommt nämlich noch was. Ähm. Das finde ich sehr sehenswert, auf jeden Fall. Ähm. Kommt aber wieder zu diesem Punkt mit lustig ernst. Ich will jetzt nicht sagen, ob das Ende, 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 Ende lustig oder ernst war. Das will ich jetzt nicht spoilern. So oder so, eins der beiden Dinge war es. Ähm. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, waren mir leider sehr viele lustige Elemente drin. Ich weiß, Akira Toriyama mag das, der Erfinder von Dragon Ball. Aber ich nicht. Ich bin der böse, ernste Dragon Ball Fan, der Bock drauf hat, wenn was richtig in die Hose geht, wenn jemand durch ein blödes Ereignis eben, nicht durch ein lustiges Ereignis, eben durch eine neue Kraft erlangt oder dies oder was oder krasse Wendungen. Denn egal was. Ich bin der böse Typ. Also das lustige fand ich jetzt nicht so gut und da kam schon auch einiges vor. Dann die zwei Gammas. Also der linke hier, Gamma 2, Gamma 1, wie gesagt, die kennen wir schon aus Dragon Ball Legends. Erstens optisch gesehen dachte ich mir, bevor ich den Film gesehen habe, meine Fresse sehnt die Scheiße aus. Gefällt mir nicht. Ist nicht mein Stil. Ne. Haut mich nicht um. Sieht so oldschool irgendwie aus. Ist nicht mein Geschmack. Das waren meine Gedanken vor dem Film. Jetzt muss ich sagen, nachdem ich im Film war, weiß ich, es hat einen Sinn, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Und durch ihre Charakterentwicklung im Film mag ich sie. Ich finde sie jetzt gut. Gamma ist nicht mehr für mich nervig. Weder Gamma 1 noch Gamma 2. Ich fand sie im Laufe des Films immer weiter und weiter, immer besser und besser und cooler. Und wie gesagt, ich weiß jetzt auch, warum sie so aussehen, wie sie aussehen. Also nein, die stören mich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich sogar ein bisschen Fanboy. Ich finde sie ganz cool, muss ich sagen. Ich mag sie doch. Aber wie gesagt, warum, wie, was, alles werde ich euch nicht erzählen. Aber das war für mich so ein wichtiger Punkt, weil mich das eben vor dem Film genervt hat, wie ich die Gammas fand. Jetzt finde ich die Gammas, sind ganz auf jeden Fall cool. Dann Neuigkeiten, was ich davor nicht wusste, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, wie gesagt, es sind Sachen passiert, die ich, komischerweise, die mir nicht gespoilert wurden. Also es sind noch einige Überraschungen drin, die, denke ich, auch überhaupt nicht im Internet gespoilert wurden, weil sie so klein sind. Ähm, wie meine ich das? Es war zum Beispiel eine Szene, über die ich jetzt nicht reden kann. Vielleicht mache ich noch ein zweites Video, wo ich komplett rumspoiler, aber mit euch reden will. Da schreibe ich auch dann fett auf das Thumbnail-Spoiler drauf und in den Videotitel, damit ihr Bescheid wisst. Vielleicht mache ich noch ein zweites, weil ich über ein paar Dinge reden will. So oder so, es gab Neuigkeiten, die ich davor nicht wusste im Film, die ich denke, vorher nicht kennen waren, also vorher nicht offiziell waren. Jetzt ist aber Sinn, dadurch, dass sie im Film waren. Geile Sache, also ja, ich habe neue Sachen gelernt, ich habe neue Sachen erfahren, die, wie gesagt, jetzt für mich erst plötzlich wirklich relevant wurden, Realität wurden, echt wurden, weil vorher war es nur Fanmade. Auch das, ja genau, auch das. Es gab immer so lustige Witze im Internet, was gewisse Charaktere tun in ihrer Freizeit und so weiter. Und diese Memes wurden jetzt auch, ein paar Dinge davon, im Film übernommen. Und sind somit jetzt nicht mehr irgendwelche Memes, die sie mir ausgedacht hat, sondern sie sind jetzt einfach Fakten. Die sind echt. Auch das fand ich mega geil. Dann Charaktere, die ich vermisst hatte. Also, ich habe es aufgeschrieben unter dem Punkt, wiederkehrende Charaktere. Gab es Charaktere, mit denen ich nicht gerechnet habe? Ja. Kann man Charaktere wieder, wo ich mir gewünscht habe, sie mal wieder zu sehen? Ja. Kann man Charaktere, auf die ich verzichten hätte können? Ja. Und so weiter und so weiter. Also, es war, es war echt viel. Wenn ich so drüber nachdenke im Film, es waren verdammt viele Charaktere im Film. Egal, ob man sie mag oder nicht, ob man sie wiedersehen wollte oder nicht. Es war echt verdammt viel zu sehen in diesen 1,5, 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wie lange der Film ging. Es war echt verdammt viel zu sehen, was mich sehr überrascht hat. Weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass wir so viele Charaktere zu sehen bekommen. Verschiedene. Ob sie jetzt eine große Rolle hatten, eine kleine Rolle hatten, ist egal. Das spielt keine Rolle. Aber krass, dass so viel wiederkam. Und auch das hat mich sehr überrascht. Aber jetzt quasi schon so lange hier rum. Ich glaube, ich habe alle Punkte abgearbeitet, die ich abarbeiten wollte. Wenn ihr noch Fragen an mich habt, ohne Spoiler, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, ich habe alles so beantwortet und alles geredet. Und jetzt kommen wir zu meinem Endfazit. Lohnt es sich, diesen Film im Kino anzusehen? Ja. Lohnt es sich, diesen Film zu Hause auf DVD oder Blu-Ray sich zu kaufen und anzusehen? Ja. Ist es notwendig, ihn unbedingt im Kino zu sehen? Oder reicht es auch, ihn zu Hause auf DVD oder Blu-Ray zu sehen? Meine Meinung, es reicht zu Hause. Ich habe den Brody-Film leider nicht im Kino gesehen. Ich habe den Brody-Film nur zu Hause gesehen. Fand ihn geil. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Film zu Hause nicht auch geil ist. Also wer jetzt sagt, ich schaffe es nicht ins Kino, es gibt nur so wenig Vorstellungen in meiner Nähe. Ich kriege das zeitlich nicht hin. Keine Angst. Ich finde, es reicht komplett, ihn zu Hause zu sehen. Es gab zwar große Special Effects, aber muss jetzt nicht unbedingt im Kino sein. Ganz ehrlich, bin ich der Meinung. Aber es war auch mal schön, mit dem Kino zu sein. Es war schön, mit der Popcorn zu essen. Auch wenn ihr Deutschen ein komisches Popcorn habt. Fun Fact. In Österreich ist das Popcorn nicht so salzig und es ist mehr Butter drauf. Also bei euch ist weniger Butter, mehr Salz. Und warum esst ihr verdammt nochmal Popcorn mit Zucker? Raus hier. Auf jeden Fall, Leute. Das war mein Fazit zum Dragon Ball Super Super Hero Film. Ich fand ihn geil. Guckt ihn euch an. Egal wie auf DVD oder Blu-ray oder im Kino. Ich kann es euch empfehlen. Es hat sich doch sehr gelohnt, ins Kino zu gehen. Wie gesagt, vielleicht mache ich noch ein Video zu Dingen, über die ich reden will. Also mit Spoiler. Wenn ihr das hören wollt, Daumen nach oben. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bruder, Schwester, Faust geht raus, euch alle. Danke fürs Zuhören. Bin gespannt, was ihr sagt. Aber wie gesagt, keine Spoiler in die Kommentare, sonst muss ich euch leider wegbannen. Haut rein. Ciao.